Man boxt du mich? Lukas, das bin ich! Ach, das bist du! Ach, das bist du, Digga! Er boxt einfach mich! Aber machen muss man es trotzdem. Ich habe dieses Skin gemacht bekommen, weil ich bin viel zu faul dafür, so einen schönen Skin zu entwerfen. Oh, was ist denn das für eine... Wo bist du? Dieser der große Beste-Map. Beste-Map. Wohin? Wohin? Mitte und dann läufst du mir hinterher. Lauf mir hinterher. Lauf mir hinterher. Lukas? Ja? Lauf mir hinterher. Bist du hinter mir? Kommst du hinterher? Ja, ja. Gut. Geh mal zum Markt. Da ist ne... Da ist ne Kiste, Digga! Bleib hier stehen, bleib stehen! Ich weiß hier, wo die Kisten sind. Ich kenn die mehr von der anderen auswendig. Bleib stehen! Ich hol mir die. In dem Haus und du die Kistenarbeiter vor Steinschwert. Ich hab ein Steinschwert. Ich hab ein Steinschwert. Hast du... Ja, hast du was zu essen? Hier nach rechts. Hier nach rechts. Äh, wie nach rechts? Hier, links, mein ich. Ja, ich bin dumm. Da drüben ist jemand. Komm, die kill macht, Lukas. Digga, ich häng im Wasser fest. Hä, wie im Wasser? Ja. Ja, da geht's nicht hoch. Ja, scheiße. Der hat mich, glaub ich, gleich. Okay, sie braucht da Hilfe. Fuck. Ich glaub ich bin tot. Oh ne, ich hab's überlebt. Kannst du mir helfen? Schwimmst du grad im Wasser vor? Ja. Okay, ich bin neben dir im Prinzip, ne? Wenn du draußen bist, helf mir bitte. Lukas, ich bin hinter dir. Ist hier noch wo hinter mir? Dreh dich mal um. Umdrehen. Was machst du? Hörst du mich nicht, oder was? Lukas. Jetzt boxt er mich schon. Hä, hörst du mich nicht mehr? Ich bin kurz alt Karo. Ich bin, also ich bin schon noch dran, aber ich redne. Warum? Ist hier mal reingekommen ins Zimmer, was? Okay, dann ist er wohl... Away from keyboard. Was hieß denn? Das fühle ich selbst gespräche. Das fühle ich nicht cool. Hat er schon die Kiste. Komm hier mit, hörst du mich noch? Hab ich schon. Komm hierher, Lukas. Hier. Da ist noch eine Christstern, müssen wir uns durch die Bäume boxen. Schlägt er mich einfach durch die Pisse. So, scheiße. Da sind ja noch zwei Kisten. Ah ne, ist noch ein... Jo, Steinschmerz, Vogel. Wo bist du hin? Also, komm wir können hier weiter durch den Wald. Durch den dunklen Wald. Kommst du mir hinterher? Ja. Jo. Da ist noch eine Kiste. Ein Diamant. Der ist schön... Rund. So. Wolltest du eine Rüstung? Du bräuchtest mal Rüstung. Machst du auch immer du davon aus. Nimmst du. So, jetzt gehen wir dann mal nach dem Erg hier auf, bitte. Community Area. So, now we on the hill. Oh, but, hier war's jemand. Ist früher ein bisschen blöd, aber dann werden wir den halt wegboxen. Auch noch ein Steinschmerz. Schön. Schießt du den? Nein, ich kann ja nicht unterreden. Die Kisten hat aber nicht geloogt. Der ist wohl dumm. Bist du das doch nicht mehr? Der Intro-Star. Jo weiß noch nicht. Zwei Steinschmerz. Das ist schon Steinschmerz. Feuerzeug. Zwei Dias. Zwei Dias. Zwei Dias. Zwei Dias. Zwei Dias. Aber wir gehen jetzt nicht ans Paar. Ich hab da ja so ein bisschen gebeten. Was brauchst du noch? Das ist kein Eisen. Dann kannst du wieder dein Mikro anmachen. Da kann ich reden. Das ist super blöd. Mich vereinsam. Das Selbstgespräch. Aber das mach ich ja viele Typer auch. Was? Ja. Robin. Jetzt wieder? Ja. Bleib mal da stehen. Bleib mal bei dem stehen. Bleib mal bei dem stehen. Da war noch ne Kiste. Ja die hab ich aber schon gebeten. Full Iron. Nimm dir noch ein paar Systemsteile hier. Steinschmerz haste. Feuerzeug tu ich mal noch ins Inventar. Bogen hast du? Ja ich hab nen Bogen. Ach den hab ich ja schon. Okay. Chillig. Chillige Runde. Okay geh mal weiter. Komm. Ich entleer mich mal noch kurz. Au. Diese Kuh wie ich einfach hab. Warte mal ich entleer mich auch. Komm mal. So. Der Feuerzeug. Oh da hat sich auch schon jemand entleert. Ist dann auch so ein bisschen. Boah ich sammel das ein. Deathmatch. Wo bist du? Gegenüber. Komm den Box mal der ist allein. Nette Box. Boah ich hasse solche Bogen. Ups. Bist du? Rennen wir beide drauf? Gehen wir beide drauf? Ja. Wann boxt du mich? Lukas bin ich. Ach das bist du Digga. Er boxt einfach mich. Du hast doch vorhin mich dann glaub ich abgeschossen oder? Aha. Wir sind einfach ein Team. Und bringen einen nicht zu Tode. Ja ich dachte auf. Ah der hat dir schwer letztes Sieg gemacht. Na geil. Komm Lukas hier müssen wir jetzt noch bringen. Äh in Team. Warte mal kurz. Äh da. Ich bin so schlecht. Ich treff den nicht mal wenn der steht. Ich hab keine Pfeile mehr. Was ist da los? Lukas kommt immer drauf. Ja. Wo bist du? Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich bin drauf Lukas. Ich brauche Hilfe. Komm. Wo ist der? Ja ich bin hinter dem. Digga. Yes. Der hat. Shit. Der hat die Dier und alles. Ja klar der hat die Dier schon wieder. Ja aber du hast wenigstens ihn abgelenkt sonst hätten wir den nicht gekriegt. Aber geile Runde trotzdem. So wie ich gerade schon gesagt habe. Geile Runde. Ähm. Wieder leider wie die letzten Runden ohne Begrüßung und ohne Verabschiedung. Deswegen wenn es euch gefallen hat Daumen hoch. Twitter vorbeischauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann bin ich am wunderschön. Und dann bin ich zum nächsten Mal. Vielen Dank.